Hier geht ihr nochmal mit Motivation mit auf dem Weg. Ihr seid Angst und sie hören uns. Ja, kein Schöner. Und da war das Glück. Wir sind hier. Zu der Ande, wie ist der Monja? So ein Friedebuch ausgerufen. Und jetzt kommt's! Oh yes! In die Wackel! Und hier verliert schon mal richtig gut ab! Oh, das ist so eine Wackel! Haben wir auch noch nicht gesehen! Das ist so eine Wackel! Wir haben das so ein Wackel! Die Eintritt sind eigentlich gut von uns! Das ist so ein Wackel! Oh yes! Was soll das hier für einen Armut werden? Das ist so ein Wackel! Das ist so ein Wackel! Das ist so ein Wackel! So ist das Wackel! Mit einer kleinen Krasskrise! Das ist so ein Wackel! Oh nein! Jawohl! Okay, jetzt ist es los für Martin Cesar! Das ist die Wackel! Und hier haben wir das Wackel auf Neuk. Und hier haben wir das Wackel auf. Alle haben wir die Wackel auf. Die Wackel auf der Eisbett- Das war ich, dass wir uns heute starten haben. Wir haben noch einen Moment in die Zeit geöffnet. Mathe, ich denke, das war ein wirklich guter Rund. Nachdem der Wink-Konferenz warst, bist du froh? Ja, ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Aber ich fühle mich sehr gut mit euch. Ich habe diese Energie hier in dieser Runde. Es ist awesome. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Ich bin wirklich gut. Danke. Also, so schöne Worte hier von Mathe Zesak. Mit der Energie, die hier inzukommen lassen. Ist das einfach nur ein mega-arbe und wunderschöner. Schicken wir nach draußen. Wir müssen noch unsere Zeitlupen hier. Werden wir auf die Punkte warten. Hier wahrscheinlich, jetzt, nach meinen Gefühlen, nicht ganz reichen für den Führer und von 8 Millionen. Aber in der kriege, hier ist das ... Ist das nicht die Wohnberg, aber auf jeden Fall. Wir sind auch so und wir wollen, aber so genau mit dem ...